Damit herzlich willkommen zu Terraria. Ähm, ist es ein kleines Spiel? Okay, was heißt klein? Ähm, es ähnelt Minecraft, ja. Ähm, keine Ahnung, was ich hiermit machen kann. Ähm, wir stürzen uns einfach mal ins Abenteuer hinein. Magischer Spiegel. Interessant, interessant. Ähm, Finch. Staff. Was ist das? Ich bin überfordert. Nein, ähm, wenn ich weiß, was Terraria ist, ähm, stellt euch einfach Minecraft mit 8-Bit vor. Dann kommt sowas dabei raus. So, jetzt haben wir auch noch ein bisschen Holz. Kann ich das irgendwie wegwerfen? Was mich mal interessieren würde, ist, wie ich mein Info-Rand öffne. Ach, da. Äh, Mull. Hab ich ja immer noch. So, wir gehen mal weiter. Uh, eine Münze. Weil hier kommen jetzt auch schon die ersten Berge. Und da ist auch schon unser erster Hülleneingang. Ähm, da. Ähm, da. 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 Schwache Heiltraken. Packen wir mal da hin. Eisenhammer. Ah, drei Fackeln. Ja, komm, ich hab keine Angst vor dir. Wurfstelle. Interessant, 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 interessant. Ach, lol. Da ist eine Truhe. Und es kommt schon wieder so ein ekelhafter Slime angerannt. Und was bringt mir das denn? Ist das zum Klettern gedacht? Ist das hart. Loll. Nacht. Eulentrank. Warum denn nicht? 14 Fackeln. Gut, Ruftrank. Granate, okay. Ah, sie kommen wieder. Es kommen ja noch mehr. Ja, nee. Einfach alles mit Licht vollpacken. Aber da ist jetzt schon wieder der nächste Schleim. Was ist das? Leuchtstab. Ein Leuchtstab. Ich hoffe, ich komme ja auch wieder raus. Nicht, dass ich hier irgendwo reingehe und dann nicht mehr rauskomme. Nee, das will ich ja nicht. Ich habe gehört, es gibt hier Spinnen. Oh, Leute, da ist eine Unterwasserhülle. Wieder ein, so ein Kanister. Oh, eine Fackel. Oh, okay. Also, diese hier noch ist ja das Paradies. Noch mal ein Wurfstab. Wieder sein. Ist das hier unten ein besonderes Material? Zin. Nee. Das ist, was ist das da? Hat das gerade eine Qualle? Ach, mein Vogel. Klärt das schon. Scheint, ist hier Wasser. Ah, wieder so ein Halt. Okay, da ist irgendwas am Runterspielen. Ich habe den Vogel sogar auf meinem Kopf, dass ich sehr lustig war. Äh. Das ist gelesen. Ah, okay. Ich weiß es nicht, ich kann hier auch einfach eine. Geht ja schneller als die Minecraft hier. Äh. Ey. Oh, lol. Was ist das? Man kann mir diese Quallen was antun. Ist das zufälligerweise jemand? So, dann wollen wir mal an unserer Hunde weiter. Oh, ich brauche Licht. Hm. Oh, ja. Oh, ich brauche Licht. Oh, ich brauche Licht. Oh, ich brauche Licht. Oh, ich brauche Licht. Äh. Was ist das? Lull. Äh. Warum ist der rot? Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Mein Vogel schafft das schon, hoffe ich zumindest nicht. Vor den Slime lassen war er jetzt erstmal elendig verrecken. Äh, hier bin ich lang. So. Ah, ok. So. So. Das ist also ein Wasserfall. So. 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 Okay. So. So. Das ist ein bisschen besser. Da kommt gerade ein Zombie runter, aber er geht schwimmen. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Wir lassen das ganze Wasser da jetzt einfach mal ablaufen. Das ist ein bisschen besser. 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 Das ist einfach zerstört. Das gebe ich mir doch nicht. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. So Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Ciao.